Ach Scheiße, das war eine Zivilistin. Ist ja gut. Ja, ich bin am MG. Ach, jetzt kommen die hier von überall. Okay, jetzt können wir hier auch auf Explosives schießen. Ich bin dabei. Ich bin verdammte Scheiße dabei. Ach du Kacke. Du meine Güte. Was haben wir getan? Dann verschwinden und die Leute trauern lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt. Kranker Scheiß. Ab jetzt ist es übrigens Blind. Ab hier habe ich nicht mehr weitergespielt bisher. Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war wer weiß viel an hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name. Der ihrer Einheit. Asian Van Nuys CIA. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai? Wenn es dann sind. Wir suchen nach den Verlebnissen. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Das wird hier immer kranker. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst ein Köder? Wir beißen an. Das ist fair. Wann es auch immer daran fair sein soll. Kapitel 5 am Rande. Das Signal kommt von da unten. Ganz unten. Ah, schöne Scheiße. Die 33. wirft die Angel weit aus. Holen wir sie ein. Du weißt, das ist eine Falle. Ja, aber hier sind alle verrückt. Daniels ist vielleicht unsere einzige Hoffnung, was auszurichten. Guckt euch den ganzen Sand an. Es ist unglaublich. Ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören. Dann rutschen wir hier mal runter. Was ein geiler Anblick. Also nicht der Mann, sondern der Hintergrund. Also ist ja irgendwie klar. Geh aus dem Weg! Hast du da gerade mit deinen Händen? Naja, egal. Kontrollpunkt. Schalldämpfer drauf, erledigt sie. Ja, wird gemacht. Vielen Dank. Ist hier jemand? Der hat eine Shotgun. Die ist hier nicht so hilfreich. Major, eine Nachricht vom Tower. Moment. Neben uns sind Soldaten. Erst feuern, wenn ich es sage. Weitere Grey Fox-Leute in der Gegend. Seien Sie bereit. Und die Zivilisten? Konnten wir die raus schaffen? Einige. 30, 40. Wir wissen es noch nicht. Verdammt. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bitte, Sir? Nichts, Corporal. Sagen Sie dem Tower, wir senden bereits. Wir sind vorbereitet. Ja, Sir. Corporal, hat sich Lieutenant Bradle schon gemeldet? Nein, Sir. Checken Sie die Treppe, mal sehen, wo er bleibt. Ja, Sir. Okay. Okay, ich halte sie aus. Vorsicht! Schrotz sind im Anmarsch! Wo wollen die hin? Sie wird nervös! Jetzt war's zu spät. Feind ist dort! Ich bin nicht da, mein Gott! Und wir müssen noch mehr Amerikaner töten. Halt am Boden! Okay. Halt am Boden! Gut. Jetzt sind wir wieder fast voll. Ich schau nochmal, ob die hier vielleicht Kalaschnikow-Ammo haben. Sieht gut aus. So, ich schalte mal wieder auf die Kalaschnikow-Ammo. Das ist schließlich ziemlich stark. Gut. Ja, ich bin die Treppe runtergekommen. Hey, du lebst noch. Ist okay. Okay, jetzt habe ich wieder jede Menge Munition. Ach, scheiße auf den Schalldämpfer. Da hinten ist doch noch jemand. Und der lebt noch. So leid es mir tut, aber ich glaube ich tue denen auch gut, wenn ich sie töte. Halt am Boden! Halt am Boden! Das ist doch Wahnsinn! Ich weiß nicht, aber irgendwer befiehlt das andere. Muss der Typ im Radio sein. Shit! Es ist so abgefahren, wie wir hier lauter Amerikaner töten, wo wir doch selber kommen, nur um zu schauen, ob noch jemand lebt. Wo geht es hier runter? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erfahren. Anscheinend hier hin. Warte! Scharfschützen! Warte! Oh, ich weiß zwar nicht wo, aber... Ein Transitionsgewehr könnte nützlich sein. Ein Speergewehr. Nettes Ding. Ich weiß allerdings nicht, gegen was ich es austauschen soll. Ich behalte es mal. Wir erwarten uns. Wenn wir jetzt drüber gehen, sind wir tot. Ähm. Lass erstmal kurz auschecken, wer hier überhaupt die Gegner sind. Nur die beiden, oder was? Sind doch keine Scharfschützen. Ist da noch jemand? Ah, ja. Ist hier noch jemand? Da vielleicht? Nein. Nein. Okay. Komm, ich muss meinen Kopf wieder klarkriegen. Ja. Ist okay. Scheiße. Feindkontakt! Das sind die Scharfschützen! Komm mit dem was das! Vorsicht! Kopf runter! Scheiße! Gegner ist tot! Der Start will ich fliegen. Das ist schon ziemlich krass. Okay. Das waren dann alle. Machts das besser. Machts das besser. Los rüber da! Schnell und docken! Scheiße! Da! Ein Heli! Alles klar! Scheiß groß das Ding, was? Ja! Und seine Freunde wissen genau, wo wir sind! Achtung! Sie kommen genau auf uns zu! Da kommen noch mehr auf uns zu! Weit im Anmarsch! Na toll. Ich werd mich hier hinten halten. Was heißt, ich will den Helden spielen? Ich erledige das, was ihr für mich schafft. Ist der gut! Hier war doch auch grad noch einer. Ist hier jemand? Hinterkopf! Man sieht hier ganz schön scheiße. Und kriegt denn hier noch jemand? Tango erledigt! Ich bin fast clear, muss nachladen! Wir stecken fest, schalt sie aus! Ist okay. Aber ich seh hier kaum was. Wegen der Hitze. Bedrohung eliminiert! Ja, es kommen leider dauernd neue. Wegen der Hitze! Das ist ne Blundkanate! Wirf ne Blindkanate rein! Wenn die Blundkanate miteinander hinwegt! Wirf ne Blundkanate rein! Wirf ne Blundkanate!